hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality hier auf der schwarzing mit unserem neuen traktor so einen habe ich heute in real life gesehen noch heute vormittag aber ich glaube das war ein älteres modell und auch ein bisschen kleiner aber das ist nicht so wild so unsere wolle ist am produzieren kurze info wir haben hier bei global ne quatsch bei hier wie heißt denn das bei seasons haben wir mal die zeit ein bisschen runtergestellt wir sind jetzt auf drei tage damit es einfach ein bisschen schneller geht weil wir kommen hier nicht voran und wir haben einfach nichts zu tun darum jetzt erstmal diese maßnahme so ich muss mich ein bisschen um die versorgung meiner schäfchen kümmern die brauchen ein bisschen was zu trinken und klappt noch ein bisschen futter wenn ich richtig geschaut hat so ich glaube aber da war noch was drin glaube ich aber nicht so viel immer gerade mal auffüllen fahren geht ja hier direkt am hof kostet aber glaube ich geld ich glaube drüben ich glaube das kostet drüben auch geld also von dem her irrelevant wofür wir nicht so wirklich was haben ist hallo 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 ich habe gesehen unten bei den bappeln feldern da wäre benötigt das kalt benötigen ok 117 das kannst du machen also man ist ja dein ertrag du musst halt mal bescheid geben wenn es zum ernten ja würde ich mir dann einen häxler mieten ja da gucken wir mal vielleicht kriegsten auch über die gemeinde erst mal für die erste ernte ja kann man sich mal die pflegebereifung macht das tschüss na wie ist es hat er was zu tun hey was mache ich denn kann ich nicht mehr fahren oder war es so einen schönen neuen lamborghini mal reinballern hier für was anderes brauche ich den anhänger sowieso nicht so gut Ich muss mal gerade was gucken. Möchte nicht so eine kleine Idee. Ich würde gerne hier ein bisschen mal eine kleine Party feiern. Aber ich glaube so viel. Da muss ich mal ein bisschen abwarten. Gucken, die Schafe sind fertig. Warte mal. Das Radio geht gar nicht. Ich muss mal gucken. Irgendwie. Mal gucken, ob der mir da ein Radio einbauen kann oder weshalb da keins mitgeliefert ist. Das klingt jetzt schon. Hallo? Hallo? Hallo, Hans. Äh, du? Mhm. Was ist denn das für ein Lamborghini hier, bitte? Lamborghini? Ja. Den, den du mir letzt verkauft hast. Der hat nicht mal ein Radio drin. Ich hab den Lamborg... Hast du schon vergessen? Den weißen Lamborghini. Das war aber kein Lamborghini. Alter, ich steh doch hier vor meinem Lamborghini. Natürlich hab ich einen Lamborghini. Nee, das... Nein, 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 nein. Das ist kein Lamborghini. Alter, willst du mich jetzt veralbern? Hier, warte, ich mein... Wo, wo, wo stehe ich? Ich guck grad nochmal. Ja, zu Hause bin ich. Natürlich hab ich hier einen Lamborghini stehen. Warte, ich komm... Mach 210 T4i. Ja, komm. Och Mann, der Traktor... Oh, sagen Sie doch. Ja. Natürlich hab ich einen Lamborghini, sag ich doch. Aber der hat nicht mal ein Radio drin. Was ist denn da los? Sagen Sie doch einfach Traktor. Ja, Lamborghini, sag ich doch. Traktor! Es steht aber Lamborghini drauf. Hier. Och, Mann. Ja, das Radio muss ich nicht mehr anbauen. Och, nee. Ey, zahle ich hier fast 200k für das Teil und dann muss er auch noch ein Traktor... Äh, Ding hier. Kann ja wohl nicht sein. Ich hab keinen Ersatzteil dafür, oder beziehungsweise. Okay. Dann fahr ich mal zum Jürgen. Ja. Gut, danke. Tschüss. Ja. Hallo? Hi, Jürgen. Hi. Du, ich hab hier so ein neues Fahrzeug. Da ist kein Radio drin. Oh. Jo. Bist du grad zufällig in der Werkstatt? Oder kannst du da hinkommen? Äh, ich bin beim Handler. Ich kann da hinkommen, ja. Jo, dann fahr ich mal rüber zu dir. Jo, bis später. Bis später. Tschüss. Ciao. Okay. Na, Alter. Ich brauch Radio in den Traktor. Das geht ja mal nicht. Hm. Hey, irgendetwas auch auf Augen machen. Schön beim Lamborghini ankommen. Dann, wenn du da mal. Dann, wenn du da mal. Ja, Hans macht auch nichts mehr, ey. Nee, da stehen noch die alten Maschinen rum, die er sich geliehen hat. Nein. Ja, so Serverlacks kann man leider nicht ausschließen. Die gibt's leider immer und überall. Hin und wieder mal. Aber hier ist es schlimm. Äh. Hä? Alter, was ist denn heute los? So. So. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie von Harry Poiletten kriegen. Ah, hi. Hi. Hier, guck dir mal das Scheißding an. Hat mich 200.000 gekostet und ist kein Radio drin. Ach, natürlich suboptimal. Jo, machen wir da irgendwas rein. Ey, ist echt keins drin. Ja, ja, sag ich doch. Genau da, wo oben das Radio sitzt, ein riesengroßes Loch. Ja eben, machen wir da was rein. Ich höre immer den Channel My Radio. Ja, den höre ich auch immer. Ja, der ist gut. Jo. Das nervt mich, ey. Habe ich 200.000 beim Hanspeter liegen lassen. Hast du noch eins? Hier könnte passen. Ja, Mann. Ey, pass auf. Jo, das passt. Kann sie auch gleich anmachen. Äh, ja. Äh, ja. Lassen. Naja, hat sich verstellt. Ah ja, jetzt. Ja, endlich, ey. Danke, was kriegst du? Ja, passt schon. Alles gut. Junge, musst du kein Geld verdienen. Ach, das sind 100 Euro. Ja, 100 Euro hin, 100 Euro her. Ah, dann überweise. Mir macht das nix. Dann. Das ist nicht viel. Merci. So, super, danke. Äh, ich stimme gleich nochmal über unsere Wiese, ne? Geht das? Äh, ja. Ich glaube, einmal geht noch. Naja, ja, ja. Hast recht. Okay. Dann denke ich da gleich nochmal drüber. Jo, kann ich aber auch machen, wenn du willst. Naja, ich habe momentan eh nicht so viel zu tun. Tja. Was denkst du, was ich mache? Ich suche mir Arbeit. Ja, ich auch. Naja. Mal schauen. Gut. Tschö. Bis dann erstmal. Tschüss. Jo, tschau. Ah, äh, du? Sie ist ja schon weg. Hallo, äh, so, der Jürgen hat mir jetzt ein Radio eingebaut. Ja. Du, was hältst du von deinem Trecker-Treffen? Trecker-Treffen? Äh. Hey, Servus, hey, krass, dass du anrufst, ja? Hey, ja, sorry, ja, der Typ, was hier wohnen tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Jo, Trecker-Treffen. Ja, finde ich eine gute Idee. Warum macht man das? Irgendwann. Nein, wo? Wo? Jo, hast du da irgendeine Location? Hm. Dann bräuchst du mir Platz. Ich habe eine Idee, ich weiß wo. Oben, bei der Kirschplantage. Hm, stimmt, ja. Ich schreibe mal rein. Heute Abend, oder? Kriegt man das hin? Heute Abend, 18 Uhr? Jo. Oder schreibst du rein? Mhm. Okay, gut, dann bis später. Heute, 18 Uhr. Findet ein Trektor. Trecker-Treff. Ein Trecker-Treff. Äh, bitte. Äh. Äh. Oh, was? Bitte. Äh. Ich. Ja, muss er nicht. Wer nicht will, kann nicht, muss nicht. Oh. Aber dann. Schauen wir mal. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschö. Fahren. Ach, Quatsch. Ich hab ja... Telefonieren, ey. Äh, Trecker. Äh, warte, Moment, Volker. Äh, könntest du mit dem Audi hier hochkommen, Thomas, und den JCB mit Anhänger abholen? Ja, kann ich machen und den dann runterfahren. Ja, da ist Weizen drin. Einmal die Hühner damit füttern und dann, ähm, aus dem Lager das Gras holen und hoch zum L.U. fahren. Denen das geben und ich bestreche das weitere mit denen. Okay, perfekt. Jo, ciao. Ciao, Volker. Äh, du, heute Abend, 18 Uhr, oben bei deiner Kirsch-Plantage, ist ein Trecker-Treffen. Die ist nicht mehr. Ach so, ich dachte, du hättest die ersteigert, war das nicht so? Ne, ich hab die Mehlfabrik. Ah, ja, da war was. Aber trotzdem, trotzdem, oben 18 Uhr heute Abend, können wir ein bisschen... Trecker-Treffen. Jo. Also, mit dem Trecker hochkommen. Ja, so nennt sich das Trecker-Treffen halt. Hm, hm. Heißt ja nicht Auto treffen. Hm, hm. Und auch nicht Faust im Gesicht treffen. Ha. Jo, also, bis dann. Jo. Tschö. Jo, aber mit dem Radio passt alles, ne? Jo, läuft. Danke. Okay. Tschö. Da haben wir hier kurz ein Trecker-Treffen auf die Beine gestellt. Und da haben wir hier kurz hin. Vielen Dank.